Darum geht's, du, ich, zusammen im Altar, miteinander, ganz praktisch, Jesus nachzufolgen. Genau darum geht's bei Campfire. Hallöchen, mein Name ist Sebastian und ich durfte die Jungs und Mädels von Campfire kennenlernen vor. Genau, in einem halben Jahr ungefähr und das, was die da machen mit Campfire, mit dieser Jüngerschaftsschule oder ist es überhaupt eine Jüngerschaftsschule? Eigentlich nicht, eigentlich ist es viel mehr. Es ist genau das, was es wirklich auch braucht. Die Begleitung von dir, von mir im Alltag, da wo unser Leben tatsächlich stattfindet und nicht irgendwo in der Schulbank oder sowas, sondern wirklich da, wo du lebst. Mit den Menschen um dich herum, die tatsächlich um dich herum leben. Wie Jüngerschaft praktisch aussehen kann, Nachfolge praktisch gelebt in deinem Alltag. Genau darum geht's in dem Campfire, ja, in dem Campfire, ja, genau. Im Campfire, ja, in diesem Jüngerschafts-, ich würde eher sagen Training. Ja, doch, eher Training. Darum geht's, dass du und ich, wir lernen, gemeinsam, in Beziehung, miteinander Jesus nachzufolgen. Ganz praktisch. So, richtig halt. Anyhow, ähm, was bleibt mir noch zu sagen? Nicht mehr viel. Ich mach hier einen Punkt. Timeout? Oder ein Auf? Ja, ich wünsche euch eine super Zeit. Timeout?